Schild da vorne stand verboten, deswegen sitze ich neben dem Mülleimer, da kenne ich mich auch besser aus, am Rangbach, Rangbach Renaturierung habe ich damals noch mitgekriegt und hier ist es auch schön, hier scheint wirklich die Sonne, Halbschatten ist gut und hier Spray, ja es ist ganz neu, ich kenne eigentlich das auch nicht mehr so besonders, schöner Nussbaum da hinten, wenn wir mal gucken, ob da die ein oder andere Nuss zur Verfügung steht, ja es ist so schön. Ich schlachte eigentlich an die Kartoffelfähren, haben wir früher gesagt, das ist auch nicht der Fall, aber hier ist ein schöner Sitzplatz und deswegen sind wir hier zum Sitzen gekommen und hier laufen natürlich Schülerinnen und Schüler vorbei, teilweise in der Pubertät, das war bei mir auch so, da kann es auch mal sein, dass man über die Stränge schlägt, ich bin ja dankbar und froh und da komme ich zum Schluss, dass ich tatsächlich nicht Lehrer geworden bin, vor etwa 22 Jahren war das nochmal in der Diskussion, danach nicht mehr, da bin ich dankbar, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht hinbekommen, Dankeschön, Tschüss.